So, hey Leute, wir sind wieder zurück zu Trouble in Mineville und ich bin wieder mit Marvel 911 zusammen Hier bin ich, hier bin ich ja, ich bin hier Was zocken wir diesmal? Ich hab noch gar nicht nachgeschaut, wir zocken Steht noch gar nicht da Naja, dann lass uns überraschen, was wir zocken Und dann, ich hab es übrigens jetzt mal geschafft, diesen Parcours zu schaffen Ich hab jetzt auch schon mal ein bisschen noch gespielt vorher Du rühmst dich über Sachen aber auch gar nicht, oder? Nein, nein, gar nicht Aber die nächste Map ist Forged, so viel haben wir schon rausgefunden Und vielleicht kriegen wir heute die 500 Karma Aufnahme 475 habe ich schon, ich denke, das kriegen wir hin, oder? Was meinst du, kriegen wir das hin? Uh, er spricht mit imaginären Kreaturen Was denkst du, kriegen wir 500 Karma? Kriege ich noch 500 Karma hin heute? Sprichst du mit mir, oder? Ja, ja, klar Ja, ich dachte, du sprichst sie mit Publikum Ja, nee, was denkst du? Ja, gut, äh, say hello to YouTube Also ich behaupte mal, wenn ich dich noch fünfmal kidle Dann nicht Ja, dann nicht Ne, aber, was denkst du, krieg ich das hin, oder nicht? Ah, also wir machen zwei, achso, wir haben uns jetzt übrigens mal geeinigt Wir machen mal, äh, diesmal heute nur zwei Runden, damit wir das nicht zwischendrin cutten müssen Und es geht los Komm schon, ich bin, ich will Traitor sein, weil auf der Map hier ist Traitor einfach nur geil, weil du halt einfach voll abhauen kannst So, jetzt muss ich nur noch, äh, jetzt muss ich am besten noch ein Steinschwert kriegen und dann Traitor werden Das wäre sehr glücklich, vor allem wäre es glücklich, weil ich letzte Runde auch schon Traitor war Aber man muss, kann natürlich, äh, meins, 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 meins Nein, böses Kind Tut mir jetzt aber so leid Hast du, äh, hast du schon ein Schwert? Nee, 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 die kannst du ja nicht holen, du kommst ja nicht, du kommst ja nicht, du kommst ja nicht, du kommst ja nicht wieder raus Hast du schon ein, ähm, Schwert? Ja Ah, okay, weil ich hätte noch einen Woden zurück Ich hab auch eins Ah, okay Aber fast irgendwo tu siehst du Ja, ja, ich such grad auch noch rum, aber ich glaub, ich weiß, ja, ich weiß, wo eine ist Aber die sag ich dir nicht, ich brauch selber Pfeil und Bogen Ich kann dir die Hälfte meiner Pfeile geben, äh Kannst du machen, sonst so Ah, Innocent, schade Noch nicht mal mehr Detective, oh, oh, dammig Jetzt haben wir ein Problem Was? Wir haben keine Detective Warum? Ja, weil, wenn wir sehen, wenn jemand einen Detective angreift, dann wissen wir ja, derjenige ist, äh Wieso haben wir keine Detective? Es gibt ja manchmal, es gibt manchmal keine Hä, es gibt manchmal keine Detective? Jupp Und ich versuche, den Pfeil und Bogen zu kriegen, da hinten ist nämlich noch Meno, ich wollte grad zum Tester gehen Wieso denn, was ist denn passiert? Sind sie gestorben? Ja, ich war Traitor Mar-Marvel? Ey, böses Kind Ich geh grad zum Tester, kommt da einer von hinten und, ähm, er schlägt nicht alle Fuck mich, wie der es rausgekriegt hat Alter, hier killen sie sich hier mal so locker Ja, das machen die auch immer gerne Ja, klar Okay Wenn Elf Schlacht, äh, Elf Schlachter hat vorhin so eine Scheiße gebaut, ist als Traitor in Traitor-Tester gegangen Das war ein bisschen hohl Aber was sonst Ah, ist neu, hat er ja gesagt Ja Wär ein bisschen mit ihm gechattet Oh, Leute, spammt ihr nicht den Traitor-Tester zu? Ich will ihn auch nochmal testen Vor allem Spam Ja, klar Was soll denn sonst sein? Was machst du gerade so? Oh, alter, wer war das? Ich versuch gerade den Parcours zu machen Hat ich gerade jemanden umgebracht? Äh, nein, umgebracht noch nicht, aber voll, voll reingehauen Hat wer Oh, der Parcours ist ja einfach Was will der jetzt hier? Oh, der Parcours ist doch nicht einfach Ich will der mich jetzt, wenn der sich teste oder so Das ist schon Holzkopf Aber Hannibal nicht auf dem Haus Das ist die Tate ist ein Sort Es geht ja mal gar nicht Aber der ist normal und der will hier raus Äh, ich will raus Äh, Mann Äh, das ist Böse im Steve Skin Und der ist Traitor Wo ist der? Der ist... Wow Wie soll ich sagen, der läuft gerade zum Traitor-Tester In die Richtung Ah, ich sehe ihn, ne, der läuft in die andere Richtung Nein, der läuft auf den Traitor-Tester zu Und wird gerade von dem umgebracht, der mich umgebracht hat Nämlich Mati, Mati Ne, doch, Mati, Mati Ah, da sehe ich ihn Ja, jetzt ist der Typ gleich tot Wolfskralle heißt er Genau, und aufpassen, der hat ein Iron Sword Glaube ich Jusse Komm schon, wenn ich den Killer habe, ich fast die Karma, die ich brauche Und dann ist doch, dann habe ich die Karma Dann haben wir die 500 Karma-Aufnahme Yeah, ey, dann mach mal Ja, ja, ich versuche es ja gerade Ah, fuck Oh, böses Kind Nein Nein, ey Das war bitter Das war richtig bitter Nein Oh, das ist aber viel Zeugs Boah, ey, sind hier viele böse Ja, ja, der ist definitiv Traitor Wow, wow, komm schon Kann ich kill ihn Ich will, dass die Schade Traitor gewonnen, oder? Nein Vier sind noch übrig Wo sind die alle? Wie viel Traitor gibt es noch? Ah, die sind alle im Turm hier Kehmo, Kehmo, komm schon, Kehmo Du bist einer von den guten, oder? Wie viel Gute gibt es noch? Keine Ahnung Wie viel Traitor? Gibt noch einen Traitor, glaube ich Ja, ja, es gibt noch den einen Traitor da Ah, die sind hier beim Chester Die drei anderen Wie viele? Die schlagen sich alle Ist Übel einen Traitor? Kann ich mir verraten Schau mal, ob Übel einen Traitor ist Nein, nein, die sind keine Da ist kein einziger Mann Traitor Nur noch der Gebrüftskralle Ah, okay Oder die killt ihn einfach Das war eine dumme Idee Der schießt die gerade mit Screepern um mich Aber er hat getroffen den einen Aber nicht mit Creepern Er wird nicht schaffen Willben ist Traitor? Ach was Mann, wieso will keiner Will keiner Hello to YouTube sagen? Nur mal kurz Hello in Shit schreiben Ist mir nicht so schwierig Wolfskralle stirbt Er hat mich umgebracht Er ist ein böses Kind Er ist ein böses Kind Ah, ich schlöpere Oh, die Pfeile können hier trotzdem Oh, das ist so praktisch Sorry, Florenzu, ich hab dir gerade in den Sieg genommen Tut mir echt leid Warum? Die Pfeile gehen durch die unsichtbaren Leute nicht durch Was? Kann das sein? Ja Ach, deshalb wurden unsere beiden Körper zusammengefunden Man, Leute Bringt euch einfach um I'm recording Schreib ich einfach mal I'm recording Kommt schon, Leute Ah, jetzt hat er nicht mal Wer Hello gesagt Oh yeah, I'm eh Keine Ahnung, was das The Traitor's have won Nein Es war nur ein Traitor Wozu hat er, woher hat er den Wasserhainer? Der hat den Wasserhainer? Der hat den Wasserhainer Der hat den Wasserhainer Das ist der Naja Wohl doch keine 500 Karma-Aufnahme Wär, mal schauen, vielleicht doch Vielleicht doch noch Wenn ich jetzt Traitor bin, dann kriegen wir es noch hin So Dann würde ich mal sagen, machen wir hier an dieser Stelle wieder einen Cut Und bis später So, da sind wir wieder Nachdem ich ja anscheinend zu wenig laber Muss ich jetzt labern Ja, du laberst zu wenig Und zwar haben wir noch 25 Sekunden Zeit, um euch hier ein bisschen zuzuspammen Mit irgendwelchen sinnlosen Sachen Nein, leider scherz im Rande Wir spielen wieder auf der Map Forge Wie vorhin Das war jetzt die gleiche Map wie vorher Also ich mag die Map irgendwie, muss ich sagen Ich mag die auch, aber halt als Traitor ist die am witzigsten Will ich nicht Auf jeden Fall Sollte euch jemand mal sagen Alt-F4 gleich Nein, Alt-F4 schließt euer Minecraft-Feld Nein, hätte ich jetzt aber nicht gedacht Ne, ne, gell, das ist unglaublich Ja, ich hab schon fast volle Ausrüstung Ja, ich hab noch gar nichts Ich hab Steinschwert und Bogen, also das reicht ja Komm, schau auch nicht Weil ich will nicht, dass die anderen hier alles wegklauen Ich bin zwar böse Aber Ich bin zwar böse, aber trotzdem Wenn dann richtig Wenn böse, dann richtig Ja, ich hab einen Wodenzort Wow Hammer Hast du sonst noch was? Nein Jetzt hat er einen Bogen genommen, echt mal Dann hätt ich dir mal einen Ah nein, ich brauch nicht mal mehr einen Wodenzort Ah super, wenn ich jetzt Traitor werde, kann ich's vergessen Was das Tolle an diesen HD-Aufnahmen ist Äh, schon alleine für 40 Minuten Ja, 40 Minuten Film haben wir 90 Gigabyte gestern verballert Das war total verrückt 4, 3, 2, ich wette ich, kein Traitor Traitor mag Traitor sein, ja, ich bin ein bisschen Nein Bist du Traitor? Nein Schade Warum auch immer Aber diesmal kann man uns ja wieder zusammen Gesellen, oh ich sehe nicht Ja, ich geh mal zum Beispiel Äh, nee, ich hab gar nichts Ich hab zwar einen Bogen, hab ich gar nicht gebraucht Den Bogen selber Amazing, wie heißt der? Amazing Hierarchie Okay, das ist keiner Amazing Jerk Amazing Hierarchie heißt der Ach komm, geht raus Ich wähle testen Äh, was für ein Kopf ist da drin? Ey, du hast schon wieder Du hast schon wieder geändert, ey Ja, was ist da für ein Kopf drin? Keine Ahnung Hinter dem Glaster, guck mal Keine Ahnung Irgendein Kopf von irgendeinem Spieler Hey, wie kann man die Köpfe von Spielern so draufziehen? Keine Ahnung, muss wahrscheinlich ein Plugin Oh, hier killen sich alle Der Detektiv hat hier umgebracht Dann war der wohl Sollen wir mal gucken? Ja, wir können ja nachgucken Mach rechtsklick auf die Leiche Dann kannst du rausfinden, ob der Traitor oder Innocent war Ich wette, der war Traitor Ja, ja, Traitor Der hier war Oli, blablabla Und der war Der war Innocent, steht hier bei mir Bei mir steht Innocent Ja Marvel 911 Test Äh, Marvel Test mal bitte Sonst bringen die dich noch um Hier ist ein Steinschwert Hier liegt ein Steinschwert Gib mir Schnell hier, hier Ich kann es nicht nehmen Aber hol es, hol es Schnell, hol es Okay, jetzt geh Geh in Tester Lol, die killten sich alle Hierarchie hat getestet Wer ist der Böse? Weiß ich nicht Ich will aber hier keinen umbringen So aus Jux und Dollerei Weil Ich hab ein Itemframe Wo hab ich ein Itemframe? Jetzt hab ich einen Pogen und einen Pfeil Halt, ich möchte Oh, ey, PAG PAG Gamer Oh, Mann, oh, der war ein Traitor Ja, ja PP Pro Gamer 1, 2, 3 waren Traitor Ich wollte den gerade umbringen Hat er sich selber hochgejagt Ey, das ist cool Ja, da ist das noch ein viel mehr tun Aber die krieg ich mir alle nicht Warum nicht? Die haben schon alle was Die Frage ist Wer ist der letzte Traitor? Wow, ich hab ein Steinschwert Ich hab noch ein Steinschwert Ich hab noch ein Steinschwert Serie ist der letzte Traitor Oder Fusion 007 Die sollen mal testen Ja, wir sollten mal rausfinden Oh, die sind Komm mal zu mir Komm mal, dann Wir suchen mal zusammen rum Ja Komm mal, wir gehen mal Wir gehen wieder in die Höhle Seri12 will testen Hat er gesagt Dann ist der Lettter Dann ist Fusion 007 Halt, das kann sein Ja Wo er ist testen Come to me Ah Der Trunk? Was soll der Trunk sagen? Wahrscheinlich bösen Sehen wir das? Sehen wir das hinterher worden Also geht doch Pro-Gamer war der Und zwar Fusion 007 war der Fusion 007 war der böse Brauchen wir nicht egal Jetzt ist es Wir haben gewonnen Wir haben gewonnen Wir haben gewonnen Und ja Schreibt in die Kommentare Was wir als nächstes zocken sollen Trouble in Mineville The Walls Oder Hunger Games Was auch immer ihr wollt Auch wenn ihr eine ganz neue Spielart erfunden habt Schreibt es einfach mal in die Kommentare Wie es euch gefällt Ja Bis dann